Ein Buch von Jürgen Miehus, Abenteurer und Autor. Weiträumiges Erkunden des Geländes macht nicht immer und auch nicht jedem Spaß. Natürlich musste in diesem Land erst ein Gewöhnungseffekt in der Gruppe einsetzen. Nur mit einer guten Portion Sturheit und Gelassenheit kann man hier überleben. Das Durchqueren von Flüssen und Bächen, das Passieren von Sumpfgebieten ist stets mit der Ausschau nach Nahrung und Sunder fürs nächste Feuerchen verbunden. Hunger und Kälte machen sich bei den Zähesten unter den jungen Abenteurern bald nach einem Erkundungsausflug bemerkbar. Konfrontiere dich mit deinen Ängsten, deinem inneren Schweinehund. Dieses Buch soll dir auf spielerische und abenteuerliche Weise dabei helfen. Was tun, wenn es nicht mehr weitergeht und man sich mit seinen Urängsten konfrontieren muss? Was tun, wenn plötzlich ein Bär auftaucht? Abwarten und Tee trinken? Ruhe bewahren? Nach der Mama schreien? Augen schließen? Wie bei den drei Musketieren gilt das unausgesprochene Motto Einer für alle und alle für einen. Es ist schon toll, wenn eine solche Gruppe sichtlich zusammenhält und eine Gemeinschaft ist. Plötzlich ist deutliches Wolfsgeheul zu hören. Wahrscheinlich greifen sie von allen Seiten an. Die nächsten Minuten und vor allem das Zusammenhalten und Nicht-Zurückweichen sind entscheidend. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Zusammenhalt stellt sich bei gesunden Menschen in einer kleinen Gemeinschaft wie in diesem Büchlein sowieso ein. Ohne Zusammenhalt und Teilen ist jedes Unterfangen fast selbstmörderisch. Vergiss nie, eine Hand wäscht die andere. Seid für den Ernstfall vorbereitet. Für Interessierte sei an dieser Stelle abschließend noch angemerkt, dass der Autor gerne Survival-Wochenenden für Kinder und Jugendliche nach individueller Vereinbarung veranstaltet. Untertitelung des ZDF, 2020